Mein Name ist Erich Stubenvoll, ich bin 30 Jahre alt und ein gebürtiger Mistelbacher und ein Mistelbacher mit Leib und Seele. Mir liegt die Entwicklung sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch was die Lebendigkeit angeht am Herzen. Mein Ziel ist, dass Mistelbach in zehn Jahren unumstritten das Zentrum des Weinviertels ist und dass wir uns noch viel mehr als bisher wohlfühlen und dass Mistelbach nicht nur unsere Heimat ist, sondern dass auch Gäste und Besucher sich freuen, nach Mistelbach zu kommen.